Ich sehe euch alle irgendwie als kleine Familie neben meiner Familie an. Ihr habt mir nämlich alle den Arsch gerettet, als es mir schlecht ging damals. Du, die Community, ihr wisst schon. Ich weiß nicht, wie ihr oder andere diesen Zusammenschluss hier sehen, aber ich würde mich mal interessieren, wie du die Community definierst oder ansiehst, wie andere das hier sehen. Boah, das ist sehr schwierig. Also, wenn ich es beschreiben müsste, ist es natürlich, und das möchte ich ja auch so haben, dolle anders als bei anderen Streams. Ich bin manchmal richtig traurig, wenn ich irgendwie Stream ausmache und dann bei anderen WoW-Stunden rein schaue und dann halt dieses klassische, was ich immer sage, Kick-Grabbelkisten-Stream habe, was jeder machen kann, der irgendwie eine Internetleitung hat, nämlich 250 Zuschauer, Musik-Playlist, überhaupt nichts am Erzählen und der Chat ist ruhig. 250 Leute, die bestimmt auch Bock hätten oder auch keinen Bock, vielleicht schlafen die auch alle oder chillen, I don't know, und überhaupt nichts, gar nichts so. Und da kommst du halt rein und es ist so ein anonymes Treffen, ja. Ab und zu kommt dann irgendwie so eine Ansage so, hey, Shad, kennt wer die Werte für ein Dudu? Oder hey, Shad, was ist denn mit den Sub-Bombs? Oder so, wo ich so denke, da fuck, aber okay. Scheint ja einigen zu gefallen, sonst wäre das ja nicht so eskalativ überall. Bei uns ist irgendwie so, du kommst so rein, so machst du die Tür auf zum Streamen und es ist so ein bisschen, ja, wie wenn du reinkommst in so einen schönen, gemütlichen Raum und da sitzen halt ganz viele Leute an einem Tisch und kommen miteinander, klauen. Es ist nicht das fucking letzte Abendmahl und es ist auch nicht irgendeine Versammlung von Mafia-Paten oder so, aber es ist was anderes, weißt du? Es ist was anderes, was Neues, irgendwas dazwischen, irgendwas zwischen Mafia und letztes Abendmahl. Und es ist halt nicht so komplett anonym und scheiße. So würde ich es beschreiben, weißt du? Wenn wir bei diesem Türbeispiel bleiben und du machst so auf, du kommst so rein und bei der einen Community ist es dann, hey Shad, was ist denn mit den Sub-Bombs? Oder so, weißt du? Und dann kommt wieder die Linkin-Pork-Playlist und dann ist wieder Ruhe. Und bei uns ist so, so die zwei, drei Stunden am Nachmittag, am Abend ist halt, ja, man kommt so rein, der eine von der Arbeit, der nächste hat einen Tag frei, man erzählt, man talkt, man tauscht sich aus und so weiter und so fort. Und so habe ich das im Kopf quasi, wie wenn du in so ein Gasthaus reinkommst, weißt du? So stelle ich mir das vor, wenn ich es jetzt so versinnbildlichen oder erklären müsste, dann wäre es, glaube ich, das. Jetzt ging es so schnell oder was? Ja, okay, der Damage war da, Boys. Der Damage war auf jeden Fall real. Gute Sache. Gute Sache. Das tägliche Abendmahl, so. Fredo, nicht das letzte, das tägliche. Ja, so wollen wir es nämlich haben. Einwand frei. Ich brauche den Vergleich für große Tische. So, oder? Natürlich, einwand frei. Einwand frei. Ich für meinen Teil gucke beziehungsweise höre dich beim Farmen. Das macht die tägliche Routine deutlich angenehmer. Ja, das freut mich auch. Muss ja auch nicht jeder jetzt so sehen, um Gottes Willen. Es gibt ja auch genug Leute, die einfach so chillen, ne? Wer hier auch so, das fuckt mich auch sehr ab, wenn ich gucke, so wenn Leute dann auch die Liste aufhaben. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du in den Stream reinkommst und die Streamer sind dann so auf Interaktionen irgendwie aus, ich weiß gar nicht warum, dass sie die Chatliste aufhaben und du willst nur chillen und kochst nebenbei oder fabst oder spielst und dann wirst du auf einmal persönlich angesprochen, obwohl du gar nichts gemacht hast, außer zuzugucken und dann so, hey, Vito, du bist ja auch da. Wie geht's dir? Erzähl doch mal. So, das ist ja auch nicht so. Jeder machen, wie er möchte. Aber wir haben ja mittlerweile jetzt einen Haufen, der hier aktiverweise genau das repräsentiert und jeder, der Bock hat, kann nicht machen. Jeder, der Bock hat, kann nicht machen. Danke für die Formulierung, kriege ich demnächst einen Preis. Jeder, der Bock hat, kann mitmachen in der Art und Weise, wie er eben möchte. Ja, und das ist eben das Ding so. Das ist eben das Ding. Wie lange spielst du WoW schon? Wie lange streamst du beruflich? Boah, beruflich streamen, relativ aktiv, glaube ich, seit zwei Jahren. Bisschen über zwei Jahre kann das sein. Mehr oder weniger erfolgreich seit zwei Jahren. Und WoW spiel ich seit Ende Burning Crusade. Ende BC, so Anfang Wodrikase, diese Übergangszeit. Da hab ich mit WoW angefangen. Moagdudu, Hallöchen. Grüße, Grüße. Früher vorm Urlaub, ja, da war das besser um Punkt 16 Uhr. Da war das alles noch anders. Sirius, Hallöchen. Die Community ist ein Haufen positiv, verrückter und gleichgesinnter mit Problemen und Lösungen und einem Ohr für alle Wehwehchen, meiner Meinung nach. Oh, Mahagomea, das ist sehr sweet. Das ist sehr sweet. Lurker aus dem Lurk-Modus holen ist ein No-Go. Oh, so sieht's nämlich aus, Sidney. Ja, so sieht's nämlich aus. Wird man schon wissen, warum man gerade nichts geschrieben hat? Oder denke ich mir dann immer? Ach, Mann. So, Freunde, Ragnaros, bitte alle möglichst nach links kommen, denn wenn die geschmolzene Saat in unser Ghetto kracht, dann müssen wir alle nach rechts rennen. Und die wird eben an der Spielerposition abgelegt. Und wenn wir dann eben zu weit rechts schon stehen, dann erhöht sich nur der Schaden, weil umso weiter man davon entfernt ist, umso weniger wird der Schaden. Wenn ich hier sehe, dass Leute schon wieder in der Mitte stehen, dann wird's vielleicht schon wieder ein bisschen komplizierter. Aber auch das hält sich in Grenzen. Dennoch scheinen viele Ragnaros nicht zu kennen. Und das wird sich, glaube ich, zeitnah in den Todeszahlen bemerkbar machen. Aber wir hoffen das Beste, Freunde. Wieder schön rechts orientieren, aufpassen, eine Aussage von einem Ostdeutschen und die Ads schön wegböllern hier. Jawollo, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Hast du was gelernt oder eine Schule gemacht? Ich hab damals mein Abitur gemacht. Dann hab ich angefangen zu studieren und zwar Information, nee, was war es? Medieninformatik, nicht andersrum. Medieninformatik hab ich studiert. Ein Semester hab festgestellt, das ist scheiße. Dann hab ich BWL probiert, hab festgestellt, BWL ist ganz nice, aber die Leute sind scheiße. Dann hab ich Studium abgebrochen, dann hat's so angefangen, nach einigen Jahren mit YouTube und Twitch ein bisschen mehr Spaß zu machen und auch ein bisschen zu laufen. Dann hab ich gesagt, naja gut, bevor du dich jetzt völlig blind links und ohne Absicherung in so ein Abenteuer stürzt, mit keinem Plan von Selbstständigkeit und Co., machst du noch was fertig. Ich hab mit meinem Cousin eine schulische Ausbildung im grafischen Designbereich, also Grafik-Design-Gelöt, eben abgeschlossen. War ein ganz langer Name, irgendwie Ausbildung, Assistenz im Grafik-Design, sonst was Sektor mit so und so, frag mich nicht. Hab das fertig gemacht, ja. Und dann hab ich gesagt, ja, ihr werdet sicherlich bereuen irgendwann, wenn ich jetzt nicht sage, komm, jetzt powern wir mal durch, jetzt drehen wir mal ein bisschen hoch, jeden Tag zwei Uploads auf YouTube, jeden Tag Streams, dies, das, hier und da, Merch und Co., mal gucken, was passiert. Und ja, wir sind halt noch mittendrin, ne? Fazit gibt's dann in ein paar Jahren, so nach dem Motto. Fazit gibt's dann in ein paar Jahren. Ach Mann. Sinoa, Hallöchen. Grüße, Grüße. So, das sieht bisher, dafür, dass das Ablegen von der Saat am Anfang echt richtig bescheiden aussah, sieht's doch gar nicht so kacke aus gerade eigentlich, oder? Wenn wir jetzt nicht noch die Meteore ohne die entsprechenden Schläge verscheißen, wollte ich sagen. Vor allem nicht so viel verscheißen, bitte. Wenn wir die jetzt nicht komplett verkacken, dann könnte das noch ganz gut werden, aber, ja, je nachdem eben, ne? Wenn sowohl der spaltende Schlag als auch der Meteor im Millicamp alle trifft, oh, 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 dann könnte sich das auch ganz schnell wieder umorientieren. Naja, Millibereich, Ads sind down, Meteor ist da. Wo stehen denn alle? Bin mir voll nicht sicher. Wir buffen einfach mal nach und dann versuchen wir hier auf Max Range, oh mein Gott, so ein bisschen was zu machen. Und das probieren halt gerade alle, ne? Das probieren gerade alle. Dann dev CD rein. und weiter geht's mit dem guten Schadensspiel. Ach, es gibt schönere Bosse, ne? Es gibt schönere Bosse, aber wir haben es geschafft. Nice, Boys. Cutter. Das war einmal Cutter. Bleibt noch in der Gruppe. Kann sein, dass jetzt direkt der nächste Invald kommt, ne? Noch nicht direkt rausgehen, sonst überschneidet sich da vielleicht auch irgendwas. Und, werden wir dann einen Mount ziehen? Zeig mal her. Zeig mal her, zeig mal her. Nein, es gibt ein Schild, es gibt Helme, es gibt Schultern. Der Schmuck ist super. Geht set an die Schmuckbekommer. Ey, das ist aber Kackbeute, oder? Helme, Brustplatte, Halskette. Geht set an alle, die BFA nicht so spielen, wie es sein sollte. Ach, Mann. Ach, Mann, ach, Mann. Alles richtig gemacht, hast du wenigstens was, falls das hier mal zu Bruch geht. Eben, ja, ich wollte mich jetzt nicht blindlings irgendwie komplett reinstürzen. Ist ja jetzt auch nicht der leichteste Markt, in dem man da irgendwie einen Fuß in die Tür bekommen will. Ja, versuche mich auch so ein bisschen breiter aufzustellen. Aktuell mit meinem Cousin und dem Heimat-Hartz-Projekt mache ich ja auch ein paar Hörbücher und so weiter. Und, ja, versuche eben so diese selbstständige Schiene jetzt ein bisschen zu fahren, weil das gefällt mir schon, abgesehen von Steuererklärung, Krankenkasse und Co., eigentlich ganz gut, ja. Vor allem, weil ich auch schlafen kann, wann ich möchte. Das ist das Gute, dass dann hinten dran mehr ansteht, erzählen wir einfach keinem, sonst klingt das wieder scheiße. Ich hasse mich selbst, wie ich damals mit WoW angefangen habe. Habe ich nur Quests gemacht, die nicht nervig waren. Heute könnte ich mich dafür erschlagen. Echt ein Wahnsinn, wo ich jetzt rumlaufe und meine Quest suche, dass Meister der Lernen von Nordend voll ist, beziehungsweise, dass das Hass. Ja, das ist natürlich ekelhaft, so mittendrin aufgehört, ne. Freude ich. Mal zum Arbeit. Hallöchen. Grüße, Grüße. Grüße, Grüße. Hi Gun Boys. Der Dance. Denkt dran, wenn er grün leuchtet, in der Mitte steht, dann nicht mehr ran an ihn, ne. Wenn man einmal was aufgebaut hat wie du, Craft, wird das auch nicht so schnell vergehen. Ja, das hofft man aber in unserer schnelllebigen Zeit. Also ich gehe auch nicht davon aus, Gottes Willen, das klingt gerade viel zu negativ, ne. Wir hatten dieses Jahr ein sehr, sehr schönes Jahr, Boys, und nächstes Jahr wird sich nicht drauf ausgeruht. Da werden dann halt 200% gegeben, ne. Ganz einfache Geschichte so. Das soll überhaupt nicht negativ klingen oder so, um Gottes Willen. Ähm, aber man kann sich heutzutage nicht sicher sein in unserer schnelllebigen Welt, wann wie was wo Ende ist. Und wenn man sich diese ganzen komischen Debatten auch im politischen Raum rund um YouTube, Urheberrechte Twitch, Neuerungen und Regelungen und was weiß ich nicht für Sachen und Bands und Probleme ansieht, dann, äh, macht es das Ganze nicht lustiger so als Creator, weißt du. Und, ja, deswegen mache ich natürlich wie immer das Beste draus. Was anderes bleibt dir ja sowieso in sämtlichen Bereichen nicht übrig. Aber du kannst dir eben nicht sicher sein. Genauso wie in allen Jobs heutzutage. Was ist denn heute noch sicher? Kannst zwar auch einen schönen 10-Jahres-Vertrag oder so unterschreiben, aber dann auf einmal sagt der Chef, ja, sie arbeiten jetzt hier in, äh, in, in Halle, in Halle, in unserer Fabrik, wir haben jetzt eine neue in Alaska. Da müssen sie jetzt hin. Ein bisschen längerer Arbeitsweg, aber macht ja nicht selbst. Das ist auch heute noch sicher, ne? Von daher, man schwimmt so mit und man guckt eben, dass man auch mal den Kopf über dem Wasser hat, ne? Und dann hofft man, dass die Luft, die man geholt hat, lang genug anhält, bis man wieder oben schwimmt. Von daher, ist das, glaube ich, überall so. Und dementsprechend muss man trotzdem mit allen Eventualitäten, glaube ich, so ein bisschen rechnen. Sich nicht darauf einstellen, weil das ist, glaube ich, generell schlecht für die geistige Haltung, vielleicht auch ein Stück weit für die geistige Gesundheit. Aber man muss, glaube ich, schon mit allem rechnen. Hast du alle Legion-Klassenmounts? Ja, die habe ich mir geholt. Leider habe ich nicht alle Mage Tower-Skins geschafft. Da war ich mit vielen Twinks leider einfach zu schlecht, ich muss es so sagen. Aber die Klassenmounts, die habe ich mir definitiv alle damals schon geholt. Wie auch alle Gleichgewicht der Kräfte-Skins. Unsere Beschäftigung in der Flautenphase zwischen Legion und BFA bestand darin sämtliche Skins, also Hidden-Skins, der Artefakte und auch Gleichgewicht der Kräfte, also die Questreihe über Nachtfestungen, Albtraum und so weiter, das eben fertig zu machen. Und da habe ich alle geholt. Das ist Alpha. Geil. Ach man, Steuern wiederbekommen. Ja, vielleicht irgendwann mal, Vito. Vielleicht irgendwann mal. Bis dahin mache ich Minus, Arminar, was los. Wenn du so bleibst, wie du bist, dann wirst uns so schnell nicht los. Das freut mich natürlich sehr, The Prime. Meine Familie hat fünf Jahre lang ein sehr erfolgreiches Restaurant geführt. Dann haben sich die Eltern getrennt und binnen drei Monate wurde das Restaurant geschlossen. So schnell kann es gehen. Ja, da rechnet man nicht mit. Deswegen sagt man ja auch immer, es sind Schicksalsschläge, weil ich eben nicht darauf einstellen kann, es von heute auf morgen. Ja, das geht eben rucki zucki, wenn ihr euch anguckt. Ich meine, das ist natürlich jedes Jahr so, so wie wir immer irgendein Sport-Event oder irgendeine Krankheit haben, die uns von diversen politischen Entscheidungen ablenkt. Ja, sei es jetzt Ebola, sei es Rinderwahn, sei es eine EM, eine WM, was auch immer. Oder sei es jetzt eben auch, jedes Jahr aufs neue YouTube stirbt und Twitch stirbt, hier irgendeine neue Urheberrechtsreform, hier irgendwas für Kinder, hier irgendwas mit Datenschutz und so, riesen Aufschrei, dies, das. Und trotzdem überlebt man irgendwie alles mal mehr, mal weniger gut, ne. Aber irgendwann knallt es vielleicht wirklich mal so, dass das alles eben nicht so ist, dass man es noch wiedererkennt oder dass man das so weiterführen kann. Egal, ob es jetzt ein Restaurant ist mit neuen Hygienevorschriften oder ob es jetzt YouTube ist mit neuen Uploadeinstellungen oder sonst was. Da ist man eben, wie gesagt, ist man nirgendwo sicher. Wer will schon in Halle arbeiten, dann lieber Alaska. Ja, Rocktool, pack ne Jacke ein, ne. Pack ne Jacke ein, auf jeden Fall. Wenn Twitch nicht mehr läuft, macht Craft ne Dönerbude auf. So sieht's nämlich aus, der Dreamer. Nur so ein Stand mit so nem Pappschild, weißt du wie, früher Limonade am Straßenrand. Mach ich dann so Stand auf mit Dönern. Ein kleiner gemieteter Dönerspieß, ne. Alter, der ist viel gut mal für nen Geburtstag gehabt oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann geht das nach vorne. Handmade Döner, Alter. Handcraft auf jeden Fall. Handcraft Döner, na hallo, da sind wir doch. Von dem Marketing läuft, ne, da ist das eine Semester BWL wieder durchgekommen. Da war's wieder. Da war's wieder. Naja, zum Thema Arbeit, schau mich an. Erst wurde ich gekickt und jetzt will mich mein alter Arbeitgeber wiederhaben, wie das Leben so spielt. Eben, ja. Eben, eben. Irgendwo ist auch immer mal ein bisschen Karma mit dabei, wobei man nicht weiß, dass jetzt Karma für dich ist, ist es für den Arbeitgeber, ja. Aus welcher Sicht fängst du an, wo hört es auf? Aber man muss halt weitermachen, das ist halt das Ding. Weitermachen, ne. Zack, zerab und ab nach vorne. Nebenlaufbahn als Synchronsprecher ist auch eine Möglichkeit. Ja, das fände ich auch ganz cool. Bin da super interessiert dran. Wäre für mich eine große Ehre, da irgendwas mal machen zu können. War für mich auch schon eine große Ehre, bei Alimania mitsprechen zu dürfen. Jetzt, wie gesagt, spreche ich so ein paar kleinere Hörbücher, irgendwelche Sagen- und Märchenprojekte ein, ja. Ohne das irgendwelche Abwehren zu meinen. Ich wollte nur nicht alle aufzählen. Und das wäre natürlich auch krass, wobei ich auch immer sage, da weiß ich nicht, ob ich dafür geschult genug bin. Ja, ich habe mich damit schon beschäftigt. Ich bin Fan vieler Synchronsprecher, beziehungsweise gucke mir da gerne Interviews und hinter den Kulissenvideos und so an. Und weiß auch, was es für ein verdammter Knochenjob eben sein kann. Ja, das ist dann eine Schippe drauf, auf alles, was man so stimmlich eben bisher in so einem Hobby-professionellen Bereich stellenweise gemacht hat. Das ist natürlich auch krass, ja. Also da habe ich auch sehr großen Respekt vor, davon mal abgesehen. An erster Stelle freue ich mich einfach für Mehmet, Digga. Ja, das steht dann am Laden mit so Leuchtschriften, so Las Vegas-mäßig, mit Pappschild, ja, mit Fiegut ist dabei. Imbiss Halali, ja. Wir erinnern uns. Drehspieß-Craft. Ähm, tatsächlich, viele Dönerläden in meiner Region haben einfach jetzt beides auf der Karte stehen. Sowohl Drehspieß als auch Döner. Ja, sie machen da, Junge, die machen da gar nichts draus. Die malen einfach neu auf die Karte und fertig ist sie, glaube ich. Geile Sache. Geile Sache. Also es gibt einen Job, der immer gebraucht wird, der Menschen immer sterben werden. Beerdigungsbetriebe wird es immer geben. Ja, aber auch da hängt ja mehr dran. Ne, auch da hängt ja ein bisschen noch mehr dran, als nur jetzt zu sagen, jo, Beerdigungsbetrieb, hier bitte unterschreiben. Ja, und jetzt? Na, jetzt haben sie ja unterschrieben. Ne, tschüss, Feierabend. Das ist ja, denke ich, auch ein Job A, den nicht jeder machen kann und möchte. Und B, gibt es, wobei, gibt es Konkurrenz von Bestattungsunternehmen schon, oder? Ich meine, in der Zeitung auch mal eine Werbeanzeige, fand ich schon ein Stück weit auch makaber, eine Werbeanzeige für ein Bestattungsunternehmen gesehen zu haben, von wegen, wir begleiten sie auf den letzten Wegen und die und die Bestattungsarten und Bring- und Hohldienst und sonst was so, wo ich auch so dachte, also das ist schon, ich meine, das ist auch irgendwie nötig, ja, so, aber, du, schon, weiß ich nicht, irgendwas, was man auch nicht so ins Gesicht geklatscht haben will, irgendwie, ja, hier beschäftigen sie sich mit ihrem Tod und so weiter, eine Berliner Firma, keine Ahnung, aber krass, schon krass manchmal, für was mittlerweile alles Werbung gemacht wird. Wir machen den Weg frei, ja, das stand da zum Glück nicht. Freunde, Arthas, ihr wisst Bescheid, weil Kürn umboxen und in der Frostkram-Phase möglichst an den Rand gehen und wenn Entweihen kommt, wir haben Randoms dabei, also müssen wir doppelt so gut spielen, um das eventuell auszugleichen. Augen auf und flitzen, nicht rückwärts oder so, bitte auch nicht durchkasten, weil wir sterben alle, wenn das verkackt wird. Bei Entweihen, raus mit die Viecher, ist ganz, ganz wichtig, sonst sieht es sehr, sehr beschissen aus. Alternative ist auch eine Reifenfabrik, oder? Ja, auf jeden Fall auch, das stimmt, dann können wir das mit den Rentnern in Angriff nehmen, aber das wird eben, glaube ich, auch nicht einfacher, als diese ganzen Sachen, die ich eben mit Bestattungsinstitut und so angesprochen habe, ne, ich glaube, bevor du beim Bestattungsinstitut mir angibst zum Ankreuzen, nicht Holzsack, nicht Urne, sondern Reifen. Ich glaube, da müssen noch einige gerichtliche Sachen oder gesetzliche Grundlagen vorher richtig geklärt werden. So, Entweihen kommt auf den Priest, okay, hinten, das sieht sehr gut aus, war aber auch ein Lucky Punch, dass der nicht ins Melee Camp entsprechend ging, aber erstes Entweihen, Boys, erstes Entweihen, es ist auch niemand reingerannt oder so, das ist schon mal ein gutes Zeichen, we can do it, ich glaube an uns, ich glaube da einfach an die Gruppe. Sabelzahn, Hallöchen, Grüße, Grüße, ich hasse Arthas und Raggi, weil da muss ich mich immer so konzentrieren, da kann ich immer gar nicht so viel vorlesen, wie ich es gerne möchte, das ist mega belastend, würde ich mich einfach selber anzappen, sage ich euch, wie es ist und unfollowen und haten und aufs Fitter noch schreiben, der miese Pisse hat wieder nicht geantwortet. Geil, so, wir versuchen mal unsere Kollegen hier heldenhaft zu retten und auch das andere Entweihen, wurde vorne, ist sehr gut, wir punchen gerade sehr, sehr Lucky Boys, ich muss es wirklich so sagen, das mit dem Entweihen, das läuft hier sehr, sehr gut, zum Glück nicht aus dem Ruder, sondern wirklich bisher einfach nur sehr, sehr gut, ich ziehe nochmal einen kleinen CD mit rein, weil er müsste jetzt auch langsam Richtung Mitte schlittern, oder? Komm, Execute Proc, jawollo, kommen die Zimmer, ich ihm noch rein jetzt hier, come on, den auch noch und nochmal toben, jetzt, ja, und weg. Freunde, die Millis natürlich mit auf die Ads, die Ranges bitte auf die Eisphären, ihr wisst Bescheid, die Eisphären nicht berühren und auch sonst ein bisschen auseinanderstehen, ansonsten stacken die Debuffs hier zu hoch und eben die Ads machen, ja, nicht an ihm ranstehen, sobald ihr so eine Eisphäre berührt, ist Endstation, die explodiert, kickt euch mega zurück und auch der Schaden ist nicht gegenheilbar, die Phase aushalten, sobald sie vorbei ist, wieder sehr, sehr schnell ran an ihn, weil die äußere Plattform bricht dann weg, haben die auch schon Gruppen, wo dann 10, 15 Leute gestorben sind, weil sie das nicht wussten, dann wieder schnell ran hier, Miss Nightfall, Chris, Hallöchen, Grüße, Paro auch da, hi, hi, ich hab ein bisschen Angst, mich hier gerade zu doll zu bewegen, dann mach ich lieber gar nichts, dann steht man rum und denkt sich, ein Krieger steht im Walde, ganz still und stumm und so weiter, da hinten könnten wir mal mit rangehen, aber wir sehen auch hier, wenn sein lustiges, anderes Entwein gelöht, mit Reinkracht, dann gibt das auch immer ordentlich Schaden, also hier kommen die Heiler auch ins Schwitzen in der Phase und auch die danach wird nicht angenehmer, Boys, auch danach bleibt es bei Entwein und Co. Oh, 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 belastet, 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 so, es bricht runter, wir sind noch alle am Leben, liebe Leute, das ist eine gute Sache, heißt aber auch, Entwein bleibt gefährlich, denkt da bitte dran, ja, auch wenn wir uns jetzt dem Ende des Lichtkings nähern, bitte dran denken, Entwein ist nicht unser Freund, dauert zwar noch eine ganze Weile, aber ich glaube nicht lang genug, als dass wir ihn so hard Damage skippen, dass wir das nicht mehr kriegen, mal gucken, je nachdem wie die Execute Procs aussehen, je nachdem wie wir procken, man darf gespannt sein, man darf gespannt sein, aber ich glaube es waren eh 25 und nicht 30, oder? Ja, es waren eh die 25, heißt Entwein kommt, die ersten flitzen schon, sehr, sehr gut, das sieht gut aus, das sieht gut aus, sieht gut aus, ja, schön, sehr, sehr schön, Props auch an die, die kurz auf ihren Damage verzichtet haben, um ein bisschen eher rauszurennen, hab's genau gesehen, mit dem Schockenboy da hinten, sehr, sehr gut, das ist wichtig, Boys, das sind in meinen Augen, die guten Spiele, ja, also sich selber auch so einschätzen zu können, dass man vielleicht auch, wegen Rechner oder sonst was, diese Kunde mehr braucht, und das dann für die Gruppe auch entsprechend spielt, sehr, sehr schön, Alter, und alle am Leben gewesen, ne, nichts mit runterfallen, Valkyren und so, sehr, sehr gut, ich glaube, da haben wir jetzt auch einen Mount Drop verdient, oder? Zeig mal her, Leg Spike aus der Hölle, und, 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 kein Mount, kein unbesiegbar, Boys, das ist sehr, sehr sad, unfassbar, unfassbar, unfassbar schöner Try, aber leider kein Mount, auf Hordenseite, haben wir den ewigen Scythasher heute schon gezogen, Freunde, das Timewalk Mount eben, das war sehr, sehr schön tatsächlich, wie zu Licht ging Zeit mit Normalfarben, ja, kein Mount, im Grimm, Schallöchen, Grüße, Wieso finde ich den Arms, war ich schon seit MOP einfach cooler, du, das ist sehr gut, weil bei mir ist es mit dem Furorkrieger so, von daher, ja, ist das doch ganz gut, ja, Freunde, dann gehen wir raus, jetzt sind sowieso schon die Hälfte irgendwie gelieft, von daher gehen wir hier einmal raus und hoffen, dass wir jetzt zeitnah noch den Invite für BC bekommen, jetzt ist ja umgekehrt, jetzt haben wir nur noch BC eigentlich, pass auf, und bei BC verkacken wir jetzt komplett, mal schauen, ein Pad ist doch auch gut, ja, naja, ja, ne, so, Pad bekommen, ist fast ein Mount, und vielleicht kann man das ja groß züchten oder so, man darf gespannt sein, man darf gespannt sein, lustigerweise, ähm, müsste jetzt BC noch aufgehen, und wir müssten auch ein Mount bekommen, dann werden beide Seiten komplett ausgeglichen, nämlich unnötige dumme Wipes bei den ersten Bossen, vorausgesetzt, wir wipen jetzt nicht ein zweites Mal bei dem ersten Boss, nämlich Lady Vash, und dann ein Mount Drop dazu, der fehlt jetzt noch, hoffen wir mal, dass die Wartezeit nicht allzu lang ist, wie heißt ein Arms, Warri, ohne Warri, na, Arms, oder nicht, ich meine ohne Arms, danke, Chloa, es war, ne, bisschen gemoppelt, doppelschloppelt, nennt man das im Fachjargon, ach, alles versaut wieder, ne, alles versaut, Vito begrüßt sich selber, das ist toll, Vito so zu beobachten, ne, man kann nicht Tiefenfuhr machen, er muss sich anders ablenken, und wie so ein Kind, das lieber mit dem Geschenkpapier spielt, als mit dem Geschenk selber, ne, immer wieder sein eigenes Command am Stizzle, sehr gute Sache, sehr, sehr gut, ja, wie sieht das aus hier mit der Pause, Solira ist nicht bereit, wo ist denn Solira, ist Solira noch im Loading Screen, ne, Solira steht auch hier, hä, wieso ist Solira dann nicht bereit, das ist ja auch sehr seltsam, im Zweifelsfall machen wir BC gleich nochmal auf, wenn das sich jetzt nicht irgendwie legen sollte, gucken wir nochmal, ob wir noch wen einladen können, ob noch jemand mit möchte als CD, und dann queuen wir dann nochmal neu, falls wir jetzt irgendwas zerschossen haben, ach ne, gucke, Aris rausgegangen, okay, ja, das war das Problem dabei, ja gut, dann machen wir so, Freunde, wir sind gespannt, denkt dran, Lady Vash, bisschen verteilen, wenn Ranges Zeit und Muße haben, gerne auch diese Sporen, Segler von oben runter ballern, und Millis nervösen Finger am Dev CD, ihr wisst Bescheid, mit den grünen Voids, mit den Ads und so, das kann super, super eklig werden, ja, und der Rest erklärt sich von selbst, ne, Kälter ist erst die Phönigse umroffeln, dann ihn, und bei Archie, liebe Schamanen, nervösen Finger am Anti-4-Totem, oh, hoppla, Junge, mein Hals hat gerade richtig wehgetan, holy fuck, ich brauch mehr Ingwertee, ich brauch mehr Ingwertee mit Honig, wieder, es ist soweit, und, ja, da dann Anti-4-Totem, ne, Erdstoß, einwandfrei, Erdstoß, Oktopoden sind dafür bekannt, sich auf Fischerbooten zu schleichen, oder auf Fischerboote zu schleichen, und dann die Krabben, die als Köder dienen zu fressen, richtige Gangster, und dann wären sie selber zum Köder, ne, sie dachten, dieser Hund, und dann machen die einfach so, das ist ja auch ne Frechheit, ne wahre, wahre, Frechheit, Junge, wenn das Anti-4-Totem nicht kommt, ist Wasserwerfer schuld, ja, mir wurde vorhin auch schon gedroht, dass wenn mich, was, du das Rocktool, ne, ne, was, Prynamic, bin mir gar nicht mehr sicher, so viele Drohungen in letzter Zeit, ne, ich blick gar nicht mehr durch, wurde auch gesagt, wenn ich nicht gut als Shami heile, wird Wasserwerfer informiert, konnte ich nur sagen, du, kein Problem, der ist bestimmt in Ägypten, naja, der kann mir momentan nichts anhaben, und wir rödeln jetzt auch erstmal ein bisschen Schaden rein, hier, come on, mit unseren coolen 500er-Kritz, Junge, der wird hier richtig zu Leibe gerückt, ganz wichtig natürlich, als guter BC-Wari, im vollen T5 hier, immer schön links und rechts tingeln, ne, so richtig schorkenmäßig hier, toll, das habe ich mir auch nie richtig antrainiert, dabei gehört es doch dazu, oder, dabei gehört es doch zu einem guten Spielstil, so richtig als Melee, schön anfallartig hinterm Boss rumzutänzeln, und tankt wie Mitspieler und vor allem Stream-Zuschauer, in dem Fall durch die reine Optik wahnsinnig werden zu lassen, das ist doch der Dream, Keo Kram, Hallöchen, Waffel auch da, machen die Rassen später im PvP 4 aus, würdest du immer die beste Rassenklassenkombi nehmen, PS bin Newcomer im WoW, also wenn du die Chance hast, dann, ja, klar, begünstigt auch mal so ein Bonus-Angriffskraft-Prop, wie jetzt beim Org, oder das Tempo beim Troll, oder wie auch immer, klar ist das ein Faktor, auf den man ein Auge werfen sollte, wenn du jetzt aber nicht vorhast, dich morgen irgendwie, für die mythischen Raid-World-First-Kills bei Method oder so zu bewerben, und wenn du auch nicht vorhast, die Top 100 einzunehmen, von den besten PvP-Spielern, ja, die dann irgendwo drauf achten, auf die Mikro-Prozente eines Schmuckstückes samt Sockelstein, was jetzt die und die Verbesserung in der und der Situation bringt, sondern du willst jetzt reinfinden, du spielst just for fun, du findest eine Rasse schicker, ansprechender, wie auch immer, als die andere, dann nimm auf jeden Fall die, weil das sind Sachen, natürlich begünstigen die das, und natürlich achtet man und muss und sollte man auf einem bestimmten Level, auf einer bestimmten Schwierigkeit auch darauf gucken, um natürlich die wirklich bestmöglichste Leistung für die Gruppe zu bringen, wenn du jetzt aber anfängst und sagst, der gefällt mir besser vom Aussehen, von der Stimme, von der Animation, dann nimm auf jeden Fall das, mach ich seit jeher so, rate zwar auch nicht mythisch, aber komm in meinem WoW-Alltag mit dem, was ich machen will, nämlich so gut wie alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, auch sehr, sehr gut zurecht, und bin auch überall mal oben im Schadensmeter, auch wenn es heute hier nicht das beste Beispiel ist, ja, also je nachdem, was du vorhast, klar, ist so ein Boni, der was begünstigt, eine tolle Sache, aber gerade wenn man anfängt, gerade wenn man nicht ganz oben mitspielen will, muss man da auch nicht übertreiben und dann bis ins mikroskopisch geringe, ja, irgendwie ranzoomen und sagen, hier kann ich noch ein Prozent machen, da würde ich auch keiner völlig drauf festnageln oder so, Hartzelt, Hallöchen, Grüße, Grüße, so, Kälters, ja die Phönix, siehst du, ich wollte schon auf ihn selber springen, nein, wir brauchen hier mit unseren Legi-Waffen erstmal was schön auf die Eier hier, oh, ich glaube, da sind wir zu langsam, oder? Kann das sein, das wird, glaube ich, eine knappe Kiste mit dem Ei, come on, execute, jawohl, einmal schön Rührei, holla die Waldwieder, waren aber einige gerade erst auf Kälters, oder, wenn ich mir das hier so angucke, das könnte knapp werden, würde ich sagen, wenn wir da alle im First Try bekommen, das sehe ich noch nicht, aber wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit, der Knockback war jetzt natürlich mies für einige, aber das schaffen wir noch mal, bevor wir da umswitchen, kein Ding. Ein kurzer Kochtipp, wenn du zu viel Wasser in dein Reis kippst, schmeiß ein paar Smartphones und Tablets rein, das ist ein sehr, sehr guter Tipp und danach das heiße Wasser einfrieren, weil das kannst du ja später nochmal gebrauchen, ganz klar, alles klar, super, danke, ja, du, gar kein Problem, gar kein Problem. Würdest du den Paladin als Anfänger-Klasse empfehlen? Also hängt natürlich auch immer davon ab, was du machen willst, ich empfehle als Anfänger immer wirklich das zu nehmen, wo du am meisten Lust drauf hast, damit du möglichst auch die ganze Welt und das Spielen an sich eben auch kennenlernst und lange genug gefesselt bist, ja, und nicht jetzt irgendwie eine Klasse nimmst, wo jemand sagt, ja, das ist garantiert die beste Klasse und so für Anfänger, für Profis, wie auch immer und da hast du keinen Bock drauf. Deswegen ist meine Empfehlung, gerade wenn ihr anfangt, nicht boosten, nicht zu viel irgendwie nach Guides spielen oder so, sondern erstmal kennenlernen. Euch selber in dieser Welt quasi, euren Charakter, das drumherum und auch der Paladin ist definitiv eine Klasse, die sich in den verschiedensten auch schwierigen Situationen selber retten kann, ja, die unglaublich vielseitig ist, auf jeden Fall, was sie stückweise leichter, aber auch schwieriger macht. Also jede Klasse hat so ihre Tücken auch, ne, je nachdem, was du dann auch mit dem machst, ob du tanken willst, heilen willst, Schaden machen willst, ja, also sowas musst du dann für dich klären. Von daher kann generell jede Klasse leicht zu lernen, aber schwer zu meistern sein und als Einstieg, wenn die dir gefällt und du sagst, habe ich Bock drauf, Licht, Schwert, Schild, Äxte, I don't know, dann funktioniert er auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, aber eben auch nicht viel besser oder schlechter als andere zum Start. Es soll ja immer noch Spaß machen, genau, und keine Arbeit und Wissenschaft sein, eben, und da geht es zwar am Anfang, denke ich, darum, ja, deswegen sage ich da immer, macht das, wo ihr am meisten Bock drauf habt, weil dann ist die Chance auch hoch, dass ihr euch eben einloggt, dass ihr eben auch mal suchtet, ja, weil ihr einfach nicht das Gefühl habt, boah, ich muss das jetzt machen, weil Kumpel hat gesagt, auf Maximallevel ist die Klasse toll, sondern ihr findet eure Klasse jetzt toll, ihr habt jetzt Spaß mit dem Charakter, den ihr quasi kreiert habt, und dann kommt der Rest so von ganz allein. Also auch nicht alles, man wird dann vielleicht auch mal fragen müssen, Guide lesen müssen, ja, und so weiter und so fort, aber gerade zum Anfang reingehen, ja, weil dieses, sag ich immer, dieses erste Abenteuer, was man dann hat, im ersten MMO, oder jetzt das erste Mal in WoW, erschlagen werden, von einigen Spielerzahlen in den Hauptstädten, erschlagen werden, von der Größe der Map, die ersten Sequenzen, die ersten Quests, Dungeon, Swipes, Schlachtfelder, ja, das kommt nicht wieder, und das kann euch auch kein Guide bringen, und das ist so, auch rückblickend die Zeit, wo viele auch Hardcore-Spieler im Chat euch bestätigen werden, ja, das hätte ich gerne wieder, kommt aber nicht, kommt aber nicht, es ist so das, wo man sich immer am liebsten dran erinnert, und deswegen, da gar nicht jetzt, zu sehr irgendwie unter Druck setzen, oder gucken, was ist am besten, sondern worauf habe ich Bock, und für alles andere bleibt hinten raus, mehr als genug Zeit, ja, also das ist, denke ich, was, was jeder WoW-Spieler so mehr oder weniger auch unterschreiben kann, oder jeder allgemeine MMO-Spieler, ging ja jetzt mehr um den Aufbau, und dieses Kennenlernen von Welten und Mechaniken, so, oh, Antifia, Boys, unsere Charmys hier, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, Crazy Legs, hallöchen, Bitcrusher auch da, hi, das Schöne ist, dass WoW das bei jeder Klasse Rasse so gemacht hat, dass man einfach reinkommt und an die Hand genommen wird, genau, also du kommst am Anfang relativ, gut rein, und dann gilt es eben, ja, für dich selbst zu gucken, wie weit willst du gehen, was willst du raushauen, ja, da speckst du einfach um, nimmst eine andere Klasse, weil du keinen Bock drauf hast, so ist es dann, ist es auch schon passiert, dass, wenn ihr die Essenzen für das T-Mog gesammelt habt, von einem Mob mehrere Essenzen gedroppt sind, ja, hintereinander folgenden Tagen waren das fünf Dinger von einem Mob, okay, so oft möglicherweise nicht, aber, ja, klar, das kommt durchaus vor, wenn die Menschen über den Pazifik eine Menschenkette bilden würden, und sie würden sich Fingerspitze an Fingerspitze berühren, würde eine große Menge dieser Menschen dabei ertrinken, das ist leider wahr, das sind diese Fakten, die will wieder keiner hören, ja, die will wieder keiner hören, aber es ist wirklich so, weiß wer, ob es egal ist, wenn ich die zwölf Abzeichen von der Gurubashi Arena zuerst abgebe, und danach die 13 loote, oder muss ich die zwölf in der Tasche haben, damit ich den Account, das Account Trinket bekomme, also du musst den Erfolg vor allem haben, und den kriegst du, glaube ich, nur, wenn du die zwölf abgegeben hast, bei dem, wie heißt das, Störtebrecher heißt der Goblin, glaube ich, der das startet, ne, wenn du das da abgibst, bei den Kollegen, dann, äh, kriegst du darüber quasi auch den Erfolg, und dann ist in der nächsten Kiste, das Account Schmuckstück drin, so, liebe Leute, was ist denn hier eigentlich, mit ein bisschen schönem Mount Loot, und warum kommt der nicht bei mir in der Mitte, hör mal, was sah denn los, ne Kapuze, Langbogen, Abzeichen, Abzeichen, Fangzahn, da ist er da, da ist der Loot, aber, oh, was ist das hier, oh, Alter, 4,30, Krit, und verringert die Bedrohung, die von euren Schadenverursachen, kritischen Treffern erzeugen, was für ein Legendary Bonus, Alter, zynisch, GZ geht auf jeden Fall raus, an dieses übergeile Trinket, boah, 4,30 mit Krit-Aussauer, ne, und dann so ein Kack, und dann so ein Kack, ach man, Turana, Hallöchen, grüße, grüße, die ekelhaft, ja, Freunde, leider bei Allianz kein Drop, aber trotzdem auch sehr, sehr sauber durchgekommen, also ich glaube, man sieht, nice, man sieht so eine allgemeine Verbesserung auch, jetzt hier mit den Randoms, ja, weil es auch überhaupt kein Problem, Entwein lief, Raggi lief, und so weiter, Archimond, tot im Stand, und solche Sachen, also, sehr angenehme Runs gewesen, ich danke euch auf jeden Fall fürs Mitkommen, wir haben jetzt, glaube ich, noch Zeit für eine Runde Tiefenfuhl, bleibe ich auf Allis Seite gleich, war Börben schon, Börben war schon, dann war das auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Runde, die wir drehen konnten, einwandfrei, viele, viele schöne Sachen, leider auch einige leer ausgegangen, aber liebe Leute, wie ich es vorhin gesagt habe, hatte ich dieser Tage auch sehr, sehr oft, also am Ball bleiben, dann nächstes Mal, wie ich in Vodika, sowohl Münzsäckchen, als auch ein lustiges Schulterstück, oder was es war dazu, ist jetzt nicht das geilste Beispiel, das können wir nicht gebrauchen in BFA, aber, aber es ist trotzdem gedroppt, geht ja um den Loot erstmal, geht ja um den Loot, so, mal gucke, wieder nichts bekommen, ja ganz belastend, Herr Dörte, Hallöchen, Grüße, 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 ich habe damals zu BC mit Hunter angefangen, aber das kann man ja heute nicht mehr vergleichen, nur es ist Hexer, man, ja es ist schon dolle anders, in meinen Augen hat es sich verbessert, Hartzweer, das ist auch immer mein Problem, so ein bisschen auch dieses ganze Levelgesquische, und schneller, und boosten, und hin und her, und Vereinfachung, das ist natürlich ganz nett, und das ist auch einsteigerfreundlicher, da kann man glaube ich nicht streiten, aber man muss halt aufpassen, dass es irgendwann nicht zu einfach wird, und zu schnell geht, wenn man dann eben, wie ich es eben beschrieben habe, einfach keine Zeit mehr hat, ja, die Welt kennenzulernen, die Mechaniken, die Mitspieler, die eigene Klasse, und wie sie funktioniert, und das merkt man als etwas erfahrenerer Spieler dann sofort, so wie so ein Ebay-Account, ich garantiere, dass ich sofort in einem Run jemanden entdecke, wenn er mit einem Ebay-Account auf Maximalstufe einsteigt, oder geboostet hat, weil er hat einfach keinen Plan, was er macht, kann nicht unterscheiden, was jetzt ein freundlicher Effekt, was ein Schadenseffekt ist, ja, und das ist eben das Problem, da sind wir noch weit von entfernt, da sind wir auch sehr weit von entfernt, wenn wir an das Levelsystem denken, was jetzt mit Shadowlands kommt, auch das ist natürlich, äh, ein Schritt in diese Richtung, ja, eine weitere Vereinfachung, aber nicht mal so negativ von wegen, dir wird dahin dann abgewischt, oder so, ja, so schlimm ist es nicht, und ich denke, als unerfahrener Spieler hat man auch genug Zeit und Möglichkeiten, in diesen neuen Level-Sektionen, seine Klasse und alles drumherum kennenzulernen, aber davor habe ich immer Angst, wenn ich an solche Sachen denke, auch an Phrasen, wie das Leveln muss vereinfacht werden, und es dauert zu lange, und warum sind die Boots so teuer, und so weiter, da stellen sich mir immer die Nackenhaare auf, ja, es ist natürlich ein Unterschied, ob jetzt jemand einen Char boostet, der irgendwie seit 8 Jahren WoW spielt, der nur im Plus böllert, und sowieso die Klassen kennt, oder so, ja, und jemand, der jetzt ganz neu ist, aber da macht man sich stellenweise auch so ein bisschen die Spielerfahrung kaputt, deswegen sage ich auch immer dazu, Zeit lassen, Zeit nehmen, Zeit lassen, ja, weil diese Zeit, die man da investiert, die kommt nicht wieder, und das ist mit die Wertvollste, und da bleibt auch mit am meisten hängen, erinnert euch, wenn wir so ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen, ja, was da noch hängen geblieben ist von Leuten, die uns das erste Mal durchgezogen haben, die ersten Gilden, die ersten Raids, das erste Mal Greifen, auf dem Flug, erste Mal Tiefenbahn, ja, und solche Geschichten, und das bleibt bei sowas eben auf der Strecke, welcher geboostete 120er fährt in Tiefenbahn, oder? Also, das ist dann das, was eben schade ist, und was man eben den neuen Spielern nicht verwehren möchte, weil es für einen selber so ein tolles Ding war, von daher vielleicht auch schwierig, das subjektiv jetzt auf eine gewisse objektive Schiene umzumünzen, und einen irgendwo verbieten zu wollen, aber, ja, ist halt so, ist halt so, ach man, weiß man, wann nach 3 kommt, Anfang nächstes Jahr, ich glaube, 14. Januar war letztens im Gespräch, warte mal, wir können ja mal kurz gucken, also Anfang nächstes Jahr auf jeden Fall, und hier aber irgendwo im Gespräch, glaube ich, hier in diesem Rahmen, so, also, ja, Mitte Januar halt, war glaube ich jetzt jüngst im Talk, mal gucken, ob es so ist, richtige Bestätigung gibt es noch nicht, aber dauert noch ein bisschen, ich fahre regelmäßig Tiefenbahn, der ist ja auch schön dunkel da, oder, großartig, Freunde, Gruppe LOL geht gleich auf, für die Allianz, ich check nochmal IDs, aber Jackie war noch nirgendwo dabei, wunderbar, hoppala, Gruppe LOL, Server übergreifen, ich bin DD, Tankheiler DD, Stephen Fool, only Endboss für das Mount, bitte mit bisschen GS, das war da nicht groß, tryharden müssen, lieben Dank für die Info, ja, kein Problem, ich sehe das gerade an meinem Schurken, geboostet, und da hast du echt ein Problem, alle Fähigkeiten sinnvoll einzusetzen, ja, weil du eben erschlagen wirst, auch als erfahrener Spieler, ich gehöre noch zu denen, die sich hingesetzt haben, und durchgerechnet haben, wie wann was gecastet werden sollte, damit das alles reibungslos Damage macht, viele lesen halt auch zu wenig, das fällt auch auf, ja, oder weniger das Lesen, als vielmehr einfach beschäftigen mit der Klasse, ja, das geht ja von im Handel, Channel in der Gilde, Fragen bis zu einem Stream gucken, im Forum schauen, Guides lesen, IC Events, Wowhead und so, ja, das ist ja dieses ganze Drumherum, so, was natürlich außerhalb des Spiels auch passiert, das ist natürlich, ähm, das ist natürlich jetzt auch kein Zwang oder so, aber man merkt halt den Unterschied, ja, und wenn man was reißen will, wenn man für die Gruppe am Start sein will, dann muss man halt manchmal auch ein bisschen was von außerhalb noch investieren, das bleibt nicht aus, das ist wahr, je nachdem, was man eben machen und erreichen möchte. So, das sind ja hier direkt die richtigen Anmeldungen, liebe Leute, das sieht doch ganz gut aus, da haben wir unser erstes Grüppchen noch hier wunderbar zusammengebastelt, gleich auch gelandet hier zum Porten, Junge, das ist ja ein Träumchen, das gibt's ja gar nicht. Ihr müsst nochmal kurz Werbung machen, falls jemand heute Abend, äh, um 20 Uhr bei Ajarahiro mit will, und sich ein Curve, beziehungsweise Gear abholen möchte, bitte schreibt mir, ich bitte außerdem um Item Level 425 plus, und dass ihr euch die Taktics mal angeschaut habt. Achtung, ich werde das jetzt einmal machen, und vielleicht noch einmal kurz vor 8.3 suchen dringend Heals. So, ja, wo kann man sich anmelden, hast du geschrieben, wo man sich direkt, also man kann dich jetzt natürlich anschreiben, ne, ansonsten Kalender, die ist das sicherlich, ne, diese Schiene, Discord, I don't know, solche Richtungen. Momentan bin ich am Ausprobieren, hab schon Schurke, Hexenmeister, Hunter, Paladin ausprobiert, und nach 10 bis 20 Leveln fange ich wieder was Neues an, und das ist verdammt auch gut und richtig so, ja. Hab vor kurzem mit WoW angefangen, mit Folge flasht, von den Möglichkeiten. Genau das, das freut mich jetzt sehr, Mixery, dass du dich gerade geäußert hast, zu dem Thema, weil genau das macht's eben gerade am Anfang so ein Stückchen aus, ja, und genau das sollte man sich auch nicht nehmen lassen, von irgendwelchen Leuten, die dann vorschreiben, ne, so und so muss das sein, und nur auf maximalen Level fängt das Spiel an, und so weiter und so fort, ja. Nein, das ist genau richtig, und genau so, äh, muss das in meinen Augen auch sein. Also nicht, dass man jetzt 300 verschiedene Charaktere spielt, eben, ja, dieses Ungezwungene so, das ist schön. Vielen, vielen Dank für diesen Beitrag. Das ist genau das, was ich so ein bisschen umschreiben wollte. Levelboost habe ich nur genutzt, um möglichst schnell Gold machen zu können, wegen WoW-Marken. Nun habe ich andere Möglichkeiten, somit wird der geboostete Char, mein Decay, überhaupt nicht mehr genutzt, beziehungsweise nur, wenn jemand noch eine Fiole der Sande möchte. Sonst möchte ich neue Klassen von Anfang an leveln. So ist es bei mir nämlich auch. Ich habe auch überhaupt keine, ja, da kommt jetzt natürlich der Über-Nerd auch so ein bisschen durch, aber überhaupt keine Bindungen zu Charakteren, die ich booste, ne. Alleine, wenn ich auch früher dran denke, wenn wir neue Chars leveln wollten, damals mit 15 Jahren, bei so einer kleinen LAN-Party mit ein paar Freunden, wie lange es gedauert hat, sich Namenskombinationen zu überlegen, wie lange es gedauert hat, die zu stylen, allein männlich oder weiblich und solche Sachen, ja. Und sowas bleibt dann eben in Erinnerung. Und jeder meiner Chars, und ich habe ja momentan, ich glaube 31 waren es, ist noch nicht aktualisiert leider, sehr traurig, aber ich habe es ja getweetet, die beiden, 31, 120er habe ich ja momentan. Tendenz steigend, dank Geburtstagsevent. Und zu nahezu allen davon habe ich eine Geschichte quasi zu erzählen, mit diesem Charakter, von der Erstellung bis jetzt zur Maximalstufe. Ja, Leute, mit denen ich da gespielt habe, Geschichten und Schicksale, die an diesen Charakteren hängen. Und das ist ja auch immer das, was ich sage, das ist eben das, was auch ein Stück weit WoW dann für mich ausmacht, nämlich auch das, was hinter dem Spiel passiert. Weil ja, es ist nur ein Spiel, blabliblub, aber auch hier in dieser Gruppe spielen reale Menschen mit ihrer realen Zeit und hoffen gerade gemeinsam auf das Tiefenfuhl-Mount, ja. Und auch das ist so eine Geschichte, die dann diese Charaktere und diese Gruppen hier irgendwo und irgendwann rückblickend mit den Geschehnissen eben in Verbundenheit hält. Und das ist eben in meinen Augen eine der Quintessenzen, die eben völlig auf der Strecke bleibt und was man auch gut und gerne so anders sehen kann. Gottes Willen, muss ja nicht jeder sehen wie ich. Und das bleibt eben völlig auf der Strecke bei solchen Aktionen, ja. Sad life. Ich gebe dir meinen Account-Daten, kannst du mir auch eben 20 weitere Chars leveln. Rocktool, Mensch, die level ich aber wie die Deutsche Bahn. Ich finde das schön, bei Rocktool, er kann halt nichts dagegen tun und man kann so sämtliche, sämtliche Sachen gegen ihn verwenden, die irgendwie mit Verspätungen zu tun haben, indem man einfach klassische, standard, einfallslose und unkreative Bahn-Jokes bringt. Das ist so ein bisschen wie Urlaub für mich, ne. Da muss ich nicht irgendwie einen WoW-Bezug mit einer Mutterdiss basteln oder so. Da sage ich einfach Rocktool die Bahn. Rocktool die Bahn. Ach man. Nicht vergessen, ein Scher hast du schon geboostet. Ja, deswegen habe ich extra nochmal korrigiert eben und meinte ja nicht alle, sondern viele beziehungsweise die meisten, die da auch ein Stück Geschichte haben. Das ist aber auch im Prinzip auf Abruf Leute zum Level. Nicht jeder hat diesen Luxus das ist wahr, beziehungsweise nicht mehr. Viele Gilden zerbrochen, auch viele Freunde natürlich zocken jetzt nicht mehr, haben anderes, haben vermeintlich Besseres zu tun, ne. Manche haben Kinder bekommen mittlerweile. Was ist da denn passiert, oder? Hat diesen Luxus und Alleinleveln ist halt komplett langweilig, selbst beim zweiten Mal. Das ist wahr. Also da weiß ich auch nicht, wie es da bei mir aussehen würde. Ich wäre natürlich immer noch hochgradig WoW-süchtig, aber hätte vermutlich auch deutlich weniger Spaß am Level. Na, das kann gut sein, das stimmt natürlich. Aber genau das ist es ja auch, was ich eben ein Stück weit beschrieben habe, dass es eben weniger um den Level-Prozess an sich geht, sondern mehr auch um das, was man mit den Menschen macht. Ich lege euch da immer meine Mad Moments, die Projektreihe, wo heute auch ein neuer Part erschienen ist, auf meinem YouTube-Kanal ans Herz, wo ich eben alles zusammenschneide, so best-of-mäßig, was außerhalb von Streams und festen Aufnahmen passiert. Das können Raid-Abende sein, können Dungeon-Abende sein, kann eine Runde Overwatch sein, kann irgendein Blödsinn-Talk aus einem längeren Loading-Screen sein und so, ja. Und wenn das alles auf der Strecke bleiben würde, sprich all das, was in diesen Projekten stattfindet, gar nicht da wäre, dann hätte ich auch eine sehr andere Sicht auf die Dinge und wie sie passieren, das ist wohl wahr. Vor allem wipen wir gerade, ja, ich werde hier auch nicht mehr rausgeholt, weil der Heiler höchstwahrscheinlich down ist, ne. Und dann kann man eben auch nicht mehr aus dem CC befreit werden. Holla, holla, das war natürlich eine räudige Situation, liebe Leute, und Tiefenfuhl bleibt nach wie vor ein Dungeon, wo das ruckzuck hier passieren kann, mit den ekligsten Mob-Vertretern, die wir hier haben, mit CC und Co. belastet, ja, Kinder haben die einfach, ne, also da müssen die mir nächstes Mal mal erklären, wie die das gemacht haben, also das ist wirklich, da hört mein Latein dann auch auf, ne, muss ich mal ein Lore-Video zu machen, Kinder kriegen, ganz mystische Sache, holy shit. Wärst du immer noch schneller als ich? Das ist leider wahr, ne, und schon kann Rocktour das wieder entkräften, Junge, so sad. Ich wurde einfach in Grund und Boden gekontradisk, gedisk, Junge, nicht gedisk, sondern gedisk, mit SK und nicht mit ST. Bin einfach jetzt eine CD, bitte einlegen. Ich spiele gelegentlich seit elf Jahren und bin immer noch geflasht von den Möglichkeiten, ja, und wenn man sich das nicht nehmen lässt und vor allem nicht irgendwie sich von jedem Miese-Peter in diversen Facebook-Kommentaren triggern lässt oder so, dann lädt WoW ja auch nach wie vor auch mit Inhalts-Updates und Co. und manchmal auch ohne eben jene dazu ein, genau das wieder zu entdecken, ja. Also was ich leider, was auch daran liegen kann, dass ich so exorbitant suchte, aber was ich leider nie wiederbekommen habe, egal ob ich Terra starte oder Rift oder was auch immer, irgendein anderes MMO, war halt dieser der erste Moment so wirklich einzuloggen, die Karte aufzumachen, ja, und dann plötzlich rechts zu klicken, rechtsklick, rechtsklick, rechtsklick und nochmal rechtsklick und plötzlich hattest du nicht nur dieses riesige Wald von Elvin-Gebiet oder Tendrassil, sondern das war nur eins von vielen Gebieten, das war nur einer von Kontinenten und so weiter, ja, so diese, von dieser Größe der Welt und von den Möglichkeiten, wie ihr es gerade auch formuliert habt, erschlagen zu werden, das ist halt Wahnsinn, ja, und deswegen sage ich euch immer, Boosten ist böse, ja, und macht das, wie ihr es möchtet, habt euren Spaß, gerade beim Anfang, weil ich glaube, wenn man das anders mitbekommt, dass man dann einen ganz anderen Eindruck auch von dem Spiel bekommt, man spielt quasi dasselbe Spiel, aber im Endeffekt spielt man was komplett anderes, wisst ihr, wie ich meine, schwieriges Ding, Respekt an deinen Stream, die Art und Weise, wie du das machst, fesselt mich, das freut mich sehr, das freut mich sehr zu hören, erklären, wie die das gemacht haben, die haben sogar Videos davon, wie es passiert ist, nice, Gnollte, kriege ich deins, oder, weil Kindern musst du Schei fragen, ja, ist sie da, nee, sie schläft bestimmt, oder so, sonst hätte ich das gleich mal gemacht, ich möchte meine Runden mit meinen besten Kollegen auch nicht mehr missen, mit dem ich mich während des Levelns über die Lore unterhalten kann, ja, sowas eben, wo dann stellenweise das Spiel ein Verbindungselement ist, aber nicht das, was es im Endeffekt komplett ausmacht, natürlich, wir spielen WoW, ist natürlich ein Teil davon, aber wir spielen eben nicht nur WoW, wisst ihr, was ich meine, da wird von dem Spiel aus, ne, ich sag mal einfach, vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber eine zwischenmenschliche Brücke geschlagen, und die steht ja nicht alleine, die steht und fällt auch wieder mit dem Spiel und den Möglichkeiten, so, und diesen Zusammenhang, den möchte ich gern immer irgendwie vermitteln in dem, was ich tue, sei es mit einer Community-Gilde, sei es irgendwie mit dem, was wir hier machen, ja, und was weiß ich nicht alles, weil ich das selber einfach ganz toll finde, so, und das versuche ich immer irgendwie ranzutragen, wenn mir das sonst auch fehlen würde, wie wir es jetzt aus den verschiedensten Beispielen auch gehört haben, also, das ist eben das Ding, und das ist für mich auch so ein Stück weit die Essenz von WoW, von MMOs, oder von vielem, was Blizzard macht, das hatte ich auch damals in der StarCraft-Zeit, oder in Diablo, oder wie auch immer, ja, und das ist, genau, da kommt der Baumeister um die Ecke, Junge, beim Brückenbauen, genau so ist er dann, genau so ist er, man spielt halt eine ganze Geschichte und Abenteuer, und das gehört, finde ich, zu dem Game dazu, und das Beste, das Beste, du spielst ja nicht nur eine Geschichte oder ein Abenteuer, du spielst ja deine Geschichte und dein Abenteuer, ja, und das ist natürlich jetzt auch der Punkt, wo einige abstellen und sagen, was redet dieser miese Nerd da, das ist natürlich immer ein Stück weit auch davon abhängig, wie weit man sich in diese Welten reißen lässt, ja, und da reden wir natürlich nicht mehr nur von MMOs, da können wir auch weitergehen in diesen ganzen unterhaltenden, kulturellen Sektor auch, von den modernen Unterhaltungsmitteln, ja, von Videospielen und Büchern, ja, das bekannteste, neu moderne Unterhaltungsmittel, halt diese Geschichten, die einen abholen, ja, nicht mehr nur die MMOs, auch der Witcher, ja, Bioshock oder was weiß ich nicht, diese ganzen Telltale-Sachen und Telltale-artigen Spiele, Life is Strange, Walking Dead, Wolf Among Us und solche Geschichten, ja, und das ist eben eine krasse Schiene, Freunde, haben wir schon wieder, wir haben schon wieder Leute verloren, ne, wir haben schon wieder Leute verloren, das ist alles ganz, ganz Trauriges, ein Tiefen-Full-Run, der den heutigen ersten Bossen im Zeitwanderungs-Raid auch würdig ist, das muss man fairerweise dazu sagen, aber wir geben alles, wir werden trotzdem den Endboss zerlöten und vielleicht einen Mount-Drop dafür bekommen, das wäre natürlich sehr, sehr schön. Das letzte Mal, als ich jemanden zum Leveln gefunden habe, war das so eine nette Dame, hab extra für sie geresubbt, Ende vom Lied, sie hatte für zwei Stunden Bock und danach hab ich 29 Tage allein gelevelt. Kenne ich leider auch zuhauf solche Geschichten, hatte ich früher auch immer so, wenn in der Schule wer angefangen hat, da war ich natürlich auch der miese Nerd in der Klasse, wenn dann doch, ja, WoW, eigentlich ganz cool, ich guck mal rein und dann auch, ey, ja, wir treffen uns auf dem und dem Server, ja, und dann so gefühlt eine halbe Stunde oder so, ne, mal eingelockt gespielt und dann, ja, jetzt muss ich raus, jetzt muss, dann hatten die solche Sachen wie Fußballtraining und so ein Kral, ganz obskurs. Und, äh, dementsprechend war das eben oft nicht so die Levelerfahrung, die man haben wollte. Oder man war nicht so gebunden an die Person und das Spiel und das ist natürlich schade. Freunde, wollen wir nochmal zusammenlaufen? Haben wir jemanden in der Gruppe, der Tiefenfuhl gar nicht kennt? Kann es daran liegen, dass hier ständig so seltsam auch gepullt wird, dass jemand die Wege gar nicht kennt, zum ersten Mal hier vielleicht auch ein Skiprun mitmacht? Ich weiß es gar nicht so. Wenn ja, dann sagt das bitte, dann reißen wir euch nicht den Kopf ab, dann machen wir lediglich ein bisschen langsamer. Hab's am Anfang gesagt, Scheiße kann auch immer passieren, da bleiben wir nicht verschont, egal was für tolle und langjährige Spieler wir sind, aber das sah ja gerade sehr ungesund aus, wie viele Mobs hier von allen Seiten kommen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Selbst die Nächte, die man mit Angeln verbracht hat, waren geil. Ja, exakt das, ne? Da wird alles zu was tollen, auf jeden Fall. Und wenn es in der Sache an sich nicht toll ist, dann schafft man es eben, das auszuschmücken mit den verschiedensten Aktionen. Wie Lausbu, mit seinem 1500er Shearing-Ala. Vielen, vielen Dank für deinen Support, mein Guter. Freut mich sehr. Wenn ich ein Game zocke, dann will ich auch drin sein in der Welt und mich abschotten. Vielleicht nicht COD oder so, ihr wisst schon, ja, mache ich ja auch immer so. Als dann Life is Strange kam, hat mich gefesselt, die wir uns ja auch stellenweise im Stream angesehen haben. Aber da habe ich auch Bescheid gesagt, ja, Freunde, ich bin jetzt mal weg. Heute kommen auch keine Weltquiz. Heute ist auch kein Raid-Abend, da habe ich natürlich schon geguckt, wenn du irgendwo zugesagt hast, ja, zwar in einem virtuellen Raum, aber realen Menschen. Dann tanzst du da natürlich trotzdem an. Aber ansonsten nichts mit TeamSpeak oder so. Ja, damals noch TeamSpeak. Heute wäre es dann Discord bei uns. Nichts irgendwie mit noch nebenbei eine Serie laufen haben oder so auf dem zweiten Bildschirm, sondern nur das Spiel. Und das ist eben, das ist was Nices. Das ist, ja, schon auch ein Erlebnis. Ist jetzt keine Achterbahnfahrt, aber eine emotionale schon. Gerade wenn ich an Bioshock denke zum Beispiel. Das war sehr interessant. Ja, Freunde, bin so schlecht heute, der Knubbelpreis hier am Rumpullen, liebe Leute. Im Zweifelsfall lasst du uns dann halt lieber einen Mob mehr mitnehmen als ein zu wenig. Nicht, dass wir gleich wieder uns die nächste tolle Wipe-Überraschung hier bauen, wenn wir es hätten verhindern können. Das ist ja, ist ja sehr abenteuerlich, aber auch das muss mal sein. Dafür liefen natürlich unsere Time-Walk-Rades heute besonders schön. Mit individuellen Ausnahmen. Vor einem Jahr hat mich meine beste Freundin zu WoW gebracht und zocke bis jetzt durchgehend. Habe WoW lieben gelernt und sie hat mit mir einen Chart zusammengelevelt. Ja, so fängt es dann eben an. So sind die Anfänge. Hier hat der Nächste den guten Elefanten-Otto gepullt. Wo kämpfen wir denn? Hier direkt an der Stelle, weil da pullen wir doch bestimmt die Skelette noch oder auch nicht. Von hinten kommt zumindest nichts. Boys, ja, wir sind ein Stück weiter. Wir sind ein Stück weiter gekommen. Sehr, sehr gut. War leide. Hallöchen. Grüße, Grüße. Grüße, Grüße. Ich mochte es einfach nur da zu stehen und die Musik zu genießen. Liegt daran, dass ich so oder so totaler Musik-Fan bin. Ja, und da bietet sich das natürlich mit diesem Gesamtambiente. Gerade auch, wenn du dann, weiß ich nicht, Wikinger-Fan bist, beim Richard dann auf diese Skellige-Insel kommst oder in WoW. Irgendwie Elfenfreund, ja, und dann immer Sangwald und solche Sachen. Das ist natürlich schon ein Stück weit krasser, weil du hast ja nicht nur die Musik. Du hast ja auch direkt das Ambiente dazu. Musst dir also nicht mal die zwanghafte Mühe machen, noch die Hörnzellen dazu anzuregen, dir jetzt ein Szenario vorzustellen, sondern du kriegst es eben vom Blizzard wirklich nahezu perfekt passend serviert. Ja, und das ist natürlich klasse. Das ist klasse. Ich kannte das auch nicht damals, als ich mit dir das erste Mal los bin. Einfach eins zu eins eure Wege nachlaufen. Hilft ungemein. Ja, das kann natürlich funktionieren, aber wenn eben das für jemanden nicht ausreicht, der Knubbelpreis, oh nein, und er hat eben schon gesagt, es ist nicht sein Tag heute. Was heute los? So, Mad Boys, wir haben hier hinten ein kleines Problem. Wir sehen schon, das liegt gar nicht an der nicht vorhandenen Erfahrung. Wie gesagt, Freunde, wenn das nicht ausreichen sollte, dass ihr uns einfach Step für Step hinterher rennt, einfach am Anfang kurz Bescheid sagen, dann ist das kein Problem. In der Regel reißt euch hier keiner den Kopf ab, nur weil ihr irgendwas nicht kennt. Das ist nämlich auch das Ding, wenn man nämlich sich immer daran erinnert, wie man da angefangen hat und da so viele Erinnerungen dran hat, dann vergisst man das auch nicht bei anderen. Und dann kickt man nicht irgendwie Leute aus Zeitwanderungsgruppen, weil die jetzt die eine Bossmechanik nicht kannten von vor 700 Addons oder setzt sich auch mal morgens um eins im Dungeon noch hin und erklärt dem Tank die Mechanik im Thron der Gezeiten oder so, ja. Weil man genau noch weiß, wie man selber da stand mit 13 Jahren und fast geheult hat, weil die bösen Erwachsenen und TeamSpeak sich aufgeregt haben, wer da gerade verkackt hat so nach dem Motto. Und das ist eben auch das Gute daran. Das Gute daran ist das Gute darin und damit ist nicht mal zwangsweise jetzt das Gear und die darauf befindlichen Stats gemeint. Das darf man eben auch manchmal nicht vergessen und dabei hilft es auch dann, wenn man einen solchen Einstieg eben hatte in das Game, sich da auch immer ein Stück weit wiederzufinden, ja. Batman bekämpft Verbrechen in der Nacht, da man sonst im Gesicht aufgrund der Maske komische, ta, wie spricht man das denn aus? Taint-Linien, Alter. Man kennt sie sehen würde, okay. Höchst interessant, kenne ich auf jeden Fall einen anderen Batman, aber ja, 2019 vielleicht wurde der auch modernisiert, ne. Auch das ist denkbar. Auch das ist durchaus denkbar. So, mit bisschen Glück jetzt nur noch zwei Mobs und dann Endboss. Zu wissen, dass dieser Run auf Seiten der Allianz stattfindet, ist fast besser als Sex. Ja, zumindest besser als Sex mit Tiefenpfuhlwürmer. Darauf können wir uns auf jeden Fall einigen, weiß ich von einem Freund. Wie oft gehe ich stumpf in eine Taverne in Ironforge und lasse die Musik laufen, während ich meine Bude putze? Man könnte auch von YouTube heraus, ja, es ist nicht dasselbe. Man will ja reingehen. Hatte ich ja vorhin auch als Beispiel, als wegen der Community und wie ich sie sehe, gefragt wurde. Ja, auch gesagt, man kommt rein, man öffnet so eine Tür, ja. So eine gedankliche Tür auch in die andere Welt oder wie auch immer. Also es sind natürlich auch, ich habe jetzt auch ein paar Begriffe in den letzten Minuten gewählt, Freunde, die sehr bewusst so gewählt und stellenweise natürlich auch ein bisschen exorbitant übertrieben dargestellt worden. Ja, ich werde jetzt in WoW keinen Wurm heiraten, mit dem auch keine Kinder zeugen und ich heule auch nicht sofort, wenn ich Terrasilmusik höre, das dauert schon zehn Minuten. Ja, also falls das stellenweise ein bisschen zu krass klang, kann glaube ich auch nicht jeder nachvollziehen. Das ist bewusst auf jeden Fall. Das ist bewusst so. Manchmal muss es sein. Dieser Moment, wo ich meine Gitarre genommen habe und den Tavern, also hier den Haarstone-Track vermutlich, gespielt habe, ja, das ist die Liebe. Auch wenn bei Silvester, wenn ich mit meinen Jungens von früher noch feiere, in alter Konstellation, mein Cousin noch am Start ist, da geht es auch dann, wenn der bestimmte Pegel erreicht ist. Läuft da nicht nur 187 und Wolle Petri, also die klassische Kombi sämtlicher Playlists zu Weihnachten, sondern dann kommt natürlich auch Jan Hegenberg um die Ecke gestappt. Na, aber sicher, also leider nicht gestappt, sondern nur in einer Spotify-Playlist, aber gehört eben immer noch dazu, ja. Gehört natürlich dazu, ganz wichtig. Agrano, hallöchen. Ab welchem GS würdest du sagen, kann man behaupten, dass man High-Level ist? Ab welchem GS? High-Level? Na gut, High-Level bist du ja mit 120, aber wenn du es am GS festmachen willst, würde ich sagen 400. Ab GS 400 kann man sagen, du hast dich ein bisschen mit dem Charm momentan beschäftigt, du standst nicht nur in Naziatar, du warst auch nicht nur in AFK, du hast ein bisschen mehr gemacht, als nur Stufe 120 zu erreichen. Da würde ich sagen, so 400 aufwärts ist momentan eine Marke, die auch nach wie vor nicht geschenkt wird, ja, wo man eben ein bisschen was investieren muss, an Zeit zumindest, und das wäre, ja, würde ich sagen, würde ich sagen. Wirst du dir die Witcher-Serie ansehen? Natürlich, ich bin super gespannt, hab zwar nur zwei Bücher angelesen, glaube nicht mal durchgelesen, Schande über mich, aber klar, bin super, super gespannt auf Witcher, und hoffe, dass das ein Anfang wird, auch für viele weitere Spiele, Firmen oder Buchreihen, natürlich denke ich da an Warcraft und Blizzard, ja, auch nachzuziehen, wenn die Produktionsstandards und Quoten entsprechend aussehen, also, ist ja auch eine Chance für uns alle, ne, ist ja auch eine Chance. Ja, das war die Weltquest, Boys, wir wollen aber nicht die Weltquest, wir wollen, ja gut, Schlüssel, Stein werde ich eh nicht rennen, wir wollen das Mount, es gab kein Mount. Leute, es ist einfach kein Mount gedroppt, das ist sehr, sehr traurig, sehr, sehr traurig, aber es war trotzdem ein Run, der sehr qualvoll war, aber wir haben uns durchgebullert, vielen, vielen Dank fürs Durchhaltevermögen, liebe Leute, lief auf jeden Fall. 4.20, naja, es ging ja jetzt nicht darum, wann du auch am Start bist oder so, und wann du durchrennen kannst, und wann du M+, mal mitgenommen wirst, sondern es ging ja jetzt um die High-Level-Beschränkung, so, und da würde ich nicht sagen, 4.20, ich hätte 4.30, ja, Freunde, es ging aber jetzt nicht, oder, es ging ja jetzt nicht um den höheren GS, wenn man sagen kann, okay, ich sehe den GS, ich weiß, du radest und machst M+, zumindest habe ich es jetzt so verstanden, dass es darum geht, wann kann man denn sagen, so, ich habe jetzt High-Level, ich kann jetzt Weltquests alleine machen, ich kann jetzt im PvP auch mal einen besiegen und so, hat mal ein paar richtige Arz-Ried-Teile, so solche Sachen. Ansonsten habt ihr recht, klar, da ist die Grenze nach oben nahezu offen, und dann nehmen wir uns dann R.4.20, 4.30, aber ansonsten war ich jetzt gedanklich, du bist 120, hast dann einen Time-Walk-Händler, hast das Bantische Gear, bist dann, wenn du die Arz-Ried-Quest-Reihe machst, mit den ersten Essenzen, bist du so 3.80, 3.85, und das kann ja in wenigen Minuten, halbe Stunde oder so vollzogen werden, wenn du eine entsprechende Vorbereitung auf anderen Chars hast, und dann fehlen dir noch 15 Punkte, um diese 400 zu knacken, und diese 15 Punkte, die können wirklich pain in the ass sein, ja, so habe ich es mir jetzt abgeleitet, ansonsten, klar, wenn man höher geht, mehr machen will, dann ist die Grenze nach oben offen, der letzte Pilger, Hallöchen und Krentia, in 18 Monate, Dankeschön, danke, danke, das letzte Mount aus dem Ei von den Argus Rears bekommen, diese Rochen, geht seddy, geht seddy, geht seddy auf jeden Fall, ist halt schade, dass viele nur noch diese Drop-in, Drop-out Spiele, wie PUBG, Fortnite, LOL spielen, ja, ist so ein Gaming-Generationsproblem auch irgendwo, was natürlich für MMOs und MMO-Spieler oder Liebhaber, was los natürlich eine schwierige Kiste ist, ja, schon so oft nach Leuten zum Leveln in etlichen Foren gesucht, nie eine gemeldet, und dann sucht einer Mitspieler für LOL direkt zwei Seiten voller Post, das ist aber auch so ein Ding, wo ich ja auch immer sage, dass WoW da jetzt natürlich mit dem Level-System und auch dem Squish irgendwie nachziehen musste, weil wir haben natürlich momentan eine Gaming-Generation, die eben groß wird, in Anführungsstrichen, mit eben MOBA und Battle Royale. Und da ist eben nicht, du lockst dich ein und siehst, du musst 120 Level machen, bis du mit deinen Freunden spielen kannst, sondern du lockst dich ein, hast vielleicht ein Tutorial und dann hast du quasi Endgame und kannst auf derselben Stufe, Ranked-Unterschiede mal davon abgesehen, kannst auf derselben Stufe alles machen mit deinen Freunden. Sofort in die Kluft der Beschwörer und zack zur Rabe mit denselben Champs quasi bam 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 auf die Fresse eins gegen eins, so was nicht alles, ja und dasselbe natürlich auch mit Battle Royale, ja und da ist natürlich schwierig jetzt diese dadurch geprägte Generation für ein MMO umzumünzen, wo es heißt, bevor du jetzt hier loslegen kannst mit deinen Freunden im Endgame, die auf dich warten, musst du 120 Level machen, ja, also das kann viele begeistern, aber ich glaube, es begeistert mittlerweile aufgrund dieses Angebotsdome um die wenigsten. Das war früher natürlich anders und das ist natürlich bei den WoW-ist-Tod-Callern auch immer das super Argument, ah, die schwinden in Sub-Zahlen und so weiter, hat ja keine Abos mehr, hat nur noch 5 Millionen und so, was soll los? Ja, zu der Hochzeit, ne, da gab es vielleicht noch zwei andere Spiele auf einer Lahn, das war Counter-Strike und Warcraft, so mittlerweile hast du den Gaming-Markt, Alter. Der Gaming-Markt, holy fuck, da ist es immer noch so weit von geisteskrank, Millionen von Abonnenten zu haben und ein Game of the Year Award zu kriegen für Classic, 15 Jahre altes Game, da stellen sich Leute hin und sagen, das ist tot, was zum Fick. Da muss das Licht ein bisschen gedimmt sein in der Birne, ne, also das ist natürlich immer auch schwierig und darum finde ich super interessant, dass wir da jetzt den Weg gehen und sagen, wir machen Level-Squish, ja nur noch diese 60, auch was Optisches, was vielleicht ein bisschen ansprechender ist, ja, oder 60, 70, 50, wie auch immer in diesen Bereichen, aber das ist natürlich auch ein interessanter Weg. Liebe Leute, apropos interessante Wege, unserer ist für heute zu Ende, wir sind sehr schön, sehr sauber und schnell durchgekommen, haben sogar noch eine Runde Tiefenfuhl hinten dran hängen können. Das ist auf jeden Fall eine super Sache, das freut mich sehr, dass wir das an der Stelle auch wieder geschafft haben. 15 Jahre altes, unfertiges Game, ja, das kommt dazu, das kommt erschwerend hinzu, das ist wohl so. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch für eine heute weniger geisteskranke als vielmehr sehr schöne, interessante und an vielen Ecken auch aufschlussreiche Themenrunde, ne, heute nicht so viel Kotze und Kacki, dafür ein bisschen mehr Nostalgie und Beleuchtung von den verschiedensten, naja, Faktoren, so allgemeiner ging es jetzt nicht. Wir hören uns morgen und wir hören uns morgen.